Mein Name ist Constanza Nina Fernández Flores. Ich komme aus Mar del Plata. Das ist eine Stadt in Argentinien, an der Küste, in der Nähe von Buenos Aires. Ich versuche dort eine Schule mit verstärktem Deutschunterricht. Im letzten Schuljahr fahren alle Schüler für drei Monate nach Deutschland. Elf Jahre lang habe ich mich auf diesen Austausch vorbereitet. Am 7. Februar sind wir in Frankfurt gelandet. Aber schon einen Monat später sollten wir alle wegen Corona zurückfliegen. Unser Direktor fand, dass es in Deutschland zu gefährlich für uns ist. Ich habe mich hier aber sicher gefühlt und bin geblieben. Mein Flug zurück sollte am 2. Mai gehen. Aber dann kam das Virus auch nach Argentinien und die Regierung hat unvermittelt beschlossen, dass es bis zum 1. September keine Flüge von und nach Argentinien mehr geben wird. Erst wollte ich nicht, jetzt kann ich nicht mehr nach Hause. Die Situation hat sich total verändert. Zuerst hat sich meine Mutter Sorgen um mich gemacht. Es gab viele Infektionen hier in Bayern. Ich konnte nirgendwo hingehen. Ich war immer nur zu Hause bei meiner Gastfamilie. Nun mache ich mir Sorgen um meine Mutter und meine Freunde. Seit über 100 Tagen dürfen sie nicht aus dem Haus. Bei jedem Ausflug an den Badesee. Bei jeder Wanderung oder Fahrradtour habe ich immer auch ein schlechtes Gefühl. Ich kann mich frei bewegen, während sie eingesperrt sind. Wie viele Menschen in meinem Land haben auch meine Eltern wirtschaftliche Sorgen. Aber ich? Ich habe Spaß. Schrecklich ist die Ungewissheit, wann ich meine Familie wiedersehen werde. Ich telefoniere täglich mit meiner Mutter. Ich lese die Nachrichten und spreche mit meinen Freunden. Ich fühle mich ihnen nahe, bin aber gleichzeitig so weit entfernt und in meinem deutschen Leben wissen nur wenige von den Sorgen, die mich beschäftigen. So fühle ich mich auf beiden Seiten fremd. Und ich bin natürlich so weit entfernt. Vielen Dank.